Er hat ein bisschen stück. Zeig mir den zu mir. Ja, okay. Ey, das kam noch irgend von dort, warte, lass mal ihn schnell hinterher, schnell. Ey, da ist er, da ist er! Ich hab ihn, ich hab ihn! Renn weg, renn weg, schnell hinterher! Scheiße, er ist schnell! Okay, Digger, schnell! Schnell, da ist er, da ist er! Ich kann nicht, ich kann nicht mehr, aber schnell, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Hä? Hä? Der ist grad... Warte, lass mal schnell hin. Nein, der ist da nicht. Hä? Ist er da? Hä, wie ist er auf einmal weggerannt? Nein, ich kann nicht sagen, weiter. Weiter, aber gerade eben noch hier, keine Ahnung. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr irgendwie gesehen habt, wo er ist. Also Leute, nächster Tag, wir sind gerade auf dem Weg zum Fußballplatz, weil der Game Master hat uns gesagt, wir sollen ihm einen Fußball schicken, wenn wir für irgendwas bereit sind. Jetzt auf jeden Fall hat er gesagt, wir sollen zum Fußballplatz, wir sind auf dem Weg. Das Ding ist halt nur, wir haben uns mit einem Freund verabredet. Wir haben einfach gesagt, wegen dem Gamers halt so, wir sollen uns dort treffen einfach, beim Fußballplatz. Und ja, wir gehen jetzt, wir sind auch gleich schon da. Also Leute, wir sind jetzt schon mal auf dem Weg. Warte, da hinten ist Aaron. Was? Da chillt er. Im Fußballplatz, was macht der doll? Aaron! Ja, also auf jeden Fall, wir gehen jetzt zu ihm. Ja. Was geht? Oha. Okay, wir sind jetzt bei einem Fußballplatz. Also, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir ihn schreiben oder? Ja, ich würde sagen, wir schreiben ihm kurz und dann warten wir auf eine Antwort. Ja. Aber mach mal dort Backflip. Wollen wir das nicht mal probieren? Ja. Fresh, fresh. Warte mal, warte. Das ist nicht der Gangster. Das ist er. Ja, das ist doch richtig, ja. I'm still lonely. Wo? Game Master! Oh fuck. Oh scheiße. Schnell weg, 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 weg. Schnell weg. Scheiße, scheiße. Scheiße, Mann. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Warte, lass dir schreiben, warum er jetzt auf uns zugerannt ist. Wo waren die da? Ey, der Game Master hat grad irgendwie gesagt so, wir sollen kommen, er will uns irgendwas übergeben. Er ist irgendwie dort bei unseren Sachen. Ich habe irgendwie Angst, dass er gleich aus irgendeiner Ecke rauskommt. Hey, wo ist er denn? Ja. Weiß nicht, er hat grad irgendein... Mann, der packt so langsam ab, ne? Ich schwöre dir. Hey, hey. Komischer Mann. Er sagt, er soll dann kommen, rennt uns hinterher und sagt, er will uns was übergeben. Er prankt uns nicht, ey. Moment, das ist so geil. Warte, warte. Nicht, dass er gleich irgendwie da rauskommt oder so. Schaut mal, ob der irgendwie da ist. Ich habe Angst, dort hinzugehen. Ich dachte schon, irgendwie der ist da. Egal, aber lass ihm schreiben, wo er ist, hä? Also, ich weiß nicht, ich habe ihm geschrieben, er antwortet irgendwie... Warte, warte, warte. Ey, warte, er hat was in der Hand. Ich glaube, er übergibt uns wirklich was. Okay. Wir nehmen und dann rennen wir weg. Was ist die Lockhe? Wir nehmen und dann rennen wir schnell weg. Warte, er rennt uns... Ey, er rennt uns gar nicht hinterher. Bleibt einfach stehen. Game Master! Was willst du? Oh, scheiße, nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Warte, Vasile ist woanders abgebogen. Okay, warte, Vasile ist irgendwo anders abgebogen. Okay, warte, Vasile ist irgendwo anders abgebogen. Wer ist irgendwo dorthin? Egal, scheiß auf ihn, sein Pech. Gucken, wo es hier ist. Okay, warte. Nee, warte, lass doch mit Vasile gucken. Nicht, dass jetzt irgendwie Vasile vom Game Master... Ah nein, 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 da ist er, da ist er. Vasile! Warte, wo ist der Game Master jetzt? Hast du den Game Master gesehen? Stopp! Bist du der Game Master oder was? Ja. Warum ist er verschwunden und du bist einfach hier? Mach jetzt keinen Spaß. Ich bin der Game Master. Was machst du? Ich bin der Game Master. Ist wirklich der Game Master? Hey, bist du ehrlich der Game Master? Ja, natürlich. War keine Ahnung irgendwie, warum bist du dort auf einmal hingerannt? Egal, lass auf jeden Fall schauen, was er... Warum machst du so Jokes? Nein, er kann es nicht sein, hast nicht gesehen. Er ist gerade mit uns irgendwie gerannt so während... oder gegangen zum Game Master. Ich bin blind einfach. Warte. Cola, Fanta, Sprite, Durstlöscher, Caprizone, Eistee, Saft... Schmeckt's? Ja, aber was sollen wir jetzt mit den ganzen Sachen machen? Sollen wir sie kaufen oder was? Vielleicht müsst ihr die kaufen und dann so ein Gemisch draus machen oder sowas. Oder so irgendwas, irgendein Rezept oder so draus machen. Stimmt. Ja, egal. Leute, schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt, was wir machen sollen. Was denkst du müssen wir machen? Alles mischen. Ich finde auch irgendwie, das ist eine gute Idee. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was wir damit machen könnten. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.